Es war ein ganz normaler Montagmorgen und ich stand gerade an meinem Spind, als dieses Mädchen Leila rüberkam, sich gegen den Spind neben meinem lehnte und mich mit verführerischer Stimme ansprach. Hey, Süßer, hast du nach der Schule schon was vor? Verwirrt sah ich mich um. Hm, redete sie wirklich mit mir? Normalerweise reden Mädchen wie Leila nicht mit Typen wie mir. Ich meine, seht sie euch an, sie ist das heißeste Mädchen der Schule. Währenddessen bin ich, Felix, nur ein ganz normaler kleiner Nerd. Unbehaglich, antwortete ich, oh, hi, nach der Schule werde ich meine Hausaufgaben machen, tschüss. Dann ließ ich sie einfach stehen. Aber damit hörte es noch nicht auf. Nach der Schule kam sie erneut auf mich zu und fragte mich, hast du Lust etwas mit mir abzuhängen? Dann zwinkerte sie, nein, danke, ich muss dringend noch meinen Aufsatz über die französische Revolution fertig schreiben. Dann ging ich weg, oh Mann. Wollte sie wirklich mit mir abhängen? Auf keinen Fall, sie muss eine Wette oder so verloren haben. Aber auch am nächsten Tag kam Leila mit entschlossenem Gesichtsausdruck wieder direkt auf mich zu, während ich mich mit meinen Freunden unterhielt. Dann sagte sie mit ernster Stimme, Möchtest du mein fester Freund werden, Felix? Was? Alle meine Freunde begannen zu jubeln. Es war so peinlich, dass ich sie wegschickte, um alleine mit Leila sprechen zu können. Ich bin sehr geschmeichelt, aber nein. Sie starrte mich finster an. Wie bitte? Du weißt schon, dass ich Leila Hall bin, das hübscheste und beliebteste Mädchen der ganzen Schule. Außerdem bin ich Cheerleaderin. Ah, Cheerleader sind immer so dramatisch. Ich antwortete ruhig. Tut mir leid, aber du bist einfach nicht mein Typ. Jetzt schrie sie mich an. Was? Ich bin jedermanns Typ. Ich zuckte einfach nur noch einmal mit den Schultern und ging dann weg. Mein Gott, das war wirklich unangenehm. Aber zumindest hatte sie es nun verstanden. Oder? Da lag ich wohl falsch, denn jetzt ging der Ärger erst richtig los. Als erstes bekam ich tausende Spam-Mails und Newsletter und dann folgten Anrufe von Spas und Nagelstudios, die fragten, ob ich für diesen Tag einen Termin gemacht hatte, was natürlich nicht der Fall war. Zusätzlich dazu tauchte ein Fake-Account auf Facebook auf, der ganz schlimme Fotos von mir postete. Zum Beispiel, wie ich mir im Französischunterricht in der Nase bohrte. Oder wie ich mit konzentriertem Gesichtsausdruck und mit heraushängender Zunge meinen Aufsatz las. Es gab sogar ein Zeitlupen-Video von mir, wie ich einen Burger aß, wodurch ich aussah wie ein Kamel. Oh Mann, ich sah beim Essen wirklich nicht besonders schön aus. Während ich weiter durch die Fotos scrollte, tauchte plötzlich eine grinsende Leila neben mir auf. Wenn du mein fester Freund wirst, höre ich mit den Streichen auf. Natürlich, sie war dafür verantwortlich. Hatte sie denn nichts Besseres zu tun? Ich schüttelte nur den Kopf und sagte, Pff, nein danke, das ist immer noch besser, als mit einem so nervigen Mädchen wie dir zusammen zu sein. Als ich ein paar Tage später in die Schule kam, fiel mir auf, dass mich alle ganz seltsam ansahen. Hatte ich etwa mein T-Shirt verkehrt herum an oder so? Nein. Was war also das Problem? Dann fragte ich meine Freunde und, oh Gott, Leila hatte allen erzählt, dass ich sie erst geküsst und dann ignoriert hatte. Sie ist wirklich wie Harley Quinn, heiß, aber vollkommen verrückt. Nur ein Verrückter wie der Joker kann so jemanden lieben. Mittlerweile hatte ich echt genug von ihr. Es war nicht okay, mich schlecht aussehen zu lassen, obwohl ich gar nichts getan hatte. In der Mittagspause ging ich dann zu ihrem Tisch hinüber und schrie ihr direkt ins Gesicht. Bist du verrückt? Warum kannst du nicht verstehen, dass ich dich nicht mag? Dann wurde ich lauter, sodass mich auch alle anderen hören konnten. Hey, hört mal alle her. Dieses Gerücht darüber, dass ich Leila erst geküsst und dann ignoriert habe, ist eine Lüge. Sie hat sich das alles nur ausgedacht, weil ich nicht ihr fester Freund werden sollte. Also spart euch eure fiesen Blicke für jemand anderen auf. Vielen Dank. Dann drängte sich Leila an mir vorbei und rannte raus. Hm, vielleicht war ich ein bisschen zu gemein gewesen, aber das hast du dir selbst zu verdanken, Prinzessin. Im Französischunterricht war Leila nicht da und es wusste auch niemand, wohin sie gegangen war. War sie etwa wegen mir weg? Nee, vermutlich nicht. Aber als ich später nach Hause ging, sah ich sie alleine auf einer Schaukel auf dem Spielplatz sitzen. Geh einfach weiter, Felix, dieses Mädchen macht nichts als Ärger, dachte ich, aber oh Mann, sie sah so traurig aus. Also ging ich zu ihr herüber und setzte mich auf die Schaukel neben ihr. Dann fragte ich, warum warst du nicht bei Französisch? Lass mich einfach in Ruhe. Du brauchst nicht so zu tun, als würdest du dich für mich interessieren. Sieh mal. Ich atmete tief ein und sprach dann weiter. Es tut mir leid, dass ich dich vor der ganzen Schule angeschrien habe. Das war nicht cool. Aber das, was du mit mir gemacht hast, war auch nicht cool. Sind wir jetzt quitt? Leila schwieg für einen Moment, nickte dann aber und lächelte mich an. Ab diesem Zeitpunkt war zwischen uns wieder alles okay. Sie lächelte mich sogar im Flur an. Immer wenn ich Leila sah, wurde mir ganz warm und ich konnte nicht aufhören zu grinsen. Einmal verbrachte ich sogar die ganze Mittagspause damit durch die Schule zu wandern, nur damit ich einen Blick auf ihr Gesicht erhaschen konnte. Oh je, ich glaube, ich habe mich in Leila verliebt. Aber warum jetzt? Ich versuchte, diese Gefühle zu ignorieren, in der Hoffnung, dass sie irgendwann verschwinden würden. Aber dann kam der Valentinstag und da Leila ein sehr beliebtes Mädchen war, bekam sie genug Rosen, um einen Blumenladen zu eröffnen. Ah, wie nervig. Ich musste etwas unternehmen, also ging ich nach der Schule mit ein paar Pralinen und einem Teddybär zu ihr nach Hause. Sobald sie die Tür öffnete, rief ich heraus. Ich weiß, ich war ein großer, dummer Idiot. Dich zurückzuweisen war ein riesiger Fehler. Ja, bitte, willst du meine Valentina sein? Ich stand mit rotem Gesicht da und bereitete mich bereits auf die Ablehnung vor. Aber sie schnappte mir einfach die Geschenke aus der Hand und sagte dann, Ja, okay. Oh mein Gott, ich konnte es nicht glauben. Ich, ein normaler Nerd, war mit dem beliebtesten Mädchen der Schule zusammen. Liebe ist wirklich unberechenbar. Ich war erstaunt, wie offen sie für mein Nerdzeug war. Sie sah sich sogar The Mandalorian mit mir an und seufzte sogar verzückt, wenn sie Baby Yoda sah. Aber das Einzige, was zwischen uns nicht so gut klappte, war, ja, ihr habt es sicher schon erraten, das Lernen. Layla schien sich nicht um ihre Noten zu kümmern und ich wollte nicht, dass sie durchfällt, also bot ich ihr an, ihr Nachhilfe zu geben. Aber sie gähnte ständig und starrte aus dem Fenster, wenn wir zu lernen begannen. Felix, ich habe eine Idee. Warum machst du nicht meine Hausaufgaben für mich? In der Zwischenzeit kann ich zum Cheerleading-Training gehen, denn wir haben einen wichtigen Wettbewerb vor uns und der bedeutet mir so viel wie dir deine Matheaufgaben. Was? War das etwa ihr Ernst? Mein Gott, ich hasste es zu betrügen, aber sie schaute mich mit diesem Welpenblick an und weil ich so ein Trottel bin, stimmte ich zu. Danke, Felix, du bist der Beste, sagte sie, küsste mich auf die Wange und reichte mir sofort einen riesigen Stapel Hausaufgaben. Ich fragte sie, warum sie so viele hatte und sie erklärte mir, dass sie sie nicht gemacht hatte, weil sie sie nicht verstanden hatte. Aber Moment mal, warum hatte sie Spanisch? Sie war mit mir im Französischunterricht, nicht in Spanisch. Aber sie zuckte nur mit den Schultern und sagte, ihre Eltern hätten sie gezwungen, es außerhalb der Schule zu lernen. Oh, mein armer kleiner Schatz. Eines Tages kam ich wie immer bei ihr vorbei, um ihre Hausaufgaben abzuholen, aber sie war nicht zu Hause. Das war seltsam, denn heute war kein Cheerleader-Training. Wo konnte sie also sein? Ich sah den Stapel durch, den sie von ihrer Mutter bekommen hatte und sah einige spanische Arbeitsblätter. Oh, sie ist sicher im Spanischunterricht, oder? Ihre Mutter schaute etwas verwirrt und lachte dann. Du kennst Leila doch, sie hätte keine Lust, noch etwas Zusätzliches zu lernen. Hm, die Arbeitsblätter gehören also nicht ihr? Wem gehörten sie dann? Und warum? Plötzlich verspürte ich dieses unangenehme Gefühl, das unter meiner Haut juckte. Ich beschloss sie später in der Schule zur Rede zu stellen. Am nächsten Tag lief ich durch den Flur und suchte nach Leila, als ich plötzlich einige Jungs jubeln hörte. Er sagte irgendetwas über eine Eins in Spanisch. Moment mal, hatte er gerade Spanisch gesagt? Ich drehte mich um und sah, wer es war. Und zu meinem Entsetzen war es Hector, der Kapitän der Fußballmannschaft. Hector war beliebt, weil er so gut aussah und so, aber auch, weil er in der Schule schlecht war. Jemand musste seine Hausaufgaben für ihn gemacht haben. Und ihr habt es sicher schon erraten, dieser jemand war ich. Ach, jetzt ergab alles einen Sinn. Leila und Hector mussten ein Paar sein. Sie mochten zwar attraktiv sein, aber sie waren beide schlecht im Lernen. Also hatten sie mich benutzt, um ihre Hausaufgaben zu machen. Jetzt ergab alles viel mehr Sinn. Nichts von dieser Beziehung war echt, es war nur gespielt. Aber damit würde ich sie auf keinen Fall durchkommen lassen. Ich hatte schon den perfekten Plan, um sie zu entlarven. Während des Mittagessens setzte ich mich an den Tisch, der Hector am nächsten war, und tat so, als wäre ich ganz vernarrt in Leila. Ich fütterte sie mit Käsepommes. Dann streichelte ich ihr Haar und sagte ihr laut, wie weich es sei. Ich schaute schnell zu Hector hinüber, um seine Reaktion zu sehen. Aber da war nichts. Er schien mehr an seinem Burger interessiert zu sein, als an ihr. Irgendwann sah mich Leila mit erhobenen Augenbrauen an. Ähm, geht es dir gut? Du verhältst dich echt komisch. Ich lachte laut auf, legte meine Arme um sie und sagte dann, Ähm, eigentlich schrie ich es eher. Oh, ich mache das doch nur, weil du so süß bist. Aber warum gab es immer noch keine Reaktion von Hector? Er und seine Freunde johlten sogar, und auf dem Weg aus der Kantine zeigte er mir den Daumen nach oben. Leila sah ebenfalls nicht im Geringsten beunruhigt aus. Mann, jemand sollte die Akademie anrufen, denn diese beiden hätten wirklich einen Oscar verdient. Mein Plan war eindeutig schiefgegangen. Ach, das war so frustrierend. Als ich daraufhin verstummte, bemerkte Leila es und warf mir einen fragenden Blick zu. Irgendetwas stimmt definitiv nicht. Du benimmst dich wirklich seltsam. Okay, wenn sie es wissen wollte, dann gut. Also platzte ich damit heraus. Ich weiß, dass die spanischen Arbeitsblätter Hector gehören, dass ihr zusammen seid und dass du mich nur benutzt, um deine Hausaufgaben zu machen. Ich bin nicht dumm, weißt du? Es war nett, dich kennenzulernen, aber bitte sprich nie wieder mit mir. Dann verschwand ich, ohne sie ein Wort sagen zu lassen. Nun, das ist das Ende meiner Geschichte. Ziemlich traurig, oder? Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht traurig darüber bin. Ich liebe sie wirklich. Wie auch immer. In ein paar Monaten gehe ich aufs College und werde ein süßes Nerdmädchen kennenlernen, das mich nicht dazu bringen wird, die Hausaufgaben eines anderen zu machen. Hm. Oh, sorry Leute, jemand ruft mich an. Mein Gott, es ist Layla, was will sie bloß? Wir sind fertig, hör auf anzurufen. Was? Gut. Versprichst du, dass du mich danach in Ruhe lässt? Okay, warte, ich komme runter. Oh mein Gott, Layla steht vor meiner Haustür und besteht darauf, nicht zu gehen, bevor ich nicht mit ihr geredet habe. Rührt euch nicht von der Stelle, ich werde euch jedes Detail erzählen, sobald ich zurück bin. Oh Gott, Leute, ihr werdet nicht glauben, was Layla mir gerade erzählt hat. Die Sache ist die, dass ihr Cheerleader-Team viel für einen bevorstehenden Wettbewerb üben müsste, was bedeutete, dass sie nicht so viel lernen konnte. Deshalb mussten sie jemanden finden, der bereit war, ihre Hausaufgaben zu machen, damit sich ihre Noten nicht verschlechtern würden. Und da kam Layla auf den Plan, mich als ihren Freund zu gewinnen. Das Flirten, die Streiche, alles war Teil ihres Plans. Das war die Wahrheit. Aber Layla wusste nichts von den spanischen Arbeitsblättern, weil ihre Teamkollegin Harper sie ihr untergejubelt hatte. Es stellte sich heraus, dass Hector Harper's Freund ist. Das habt ihr sicher nicht kommen sehen, oder? Natürlich war ich trotzdem wütend auf Layla, weil sie mich immer noch benutzt hat. Aber dann holte Layla einige Papiere heraus und zeigte sie mir. Hm, es waren Hausaufgaben mit lauter Zweien drauf. Dann sagte sie zu mir, Okay, ich gebe zu, dass ich dich anfangs nicht mochte. Ich bin nur auf dich zugegangen, um dich auszunutzen. Aber dann habe ich mich in dich verliebt, als ich dich besser kennengelernt habe. Also habe ich aufgehört, dir meine Hausaufgaben zu geben und sie selbst gemacht. Also waren ihre Gefühle für mich ebenfalls echt? Ich konnte es nicht glauben. Dann verziehe ich ihr und jetzt sind wir glücklicher denn je. Ich muss sagen, als Layla das erste Mal mit mir sprach, dachte ich, sie sei ein verrücktes Mädchen wie Harley Quinn, das ich niemals mögen würde. Aber ich habe mich geirrt. Es hat sich herausgestellt, dass ich derjenige bin, der verrückt nach ihr ist. Ich schätze also, ich habe mehr mit dem Joker gemeinsam, als ich zuerst dachte.